Timmy und ich sind auf einer kleinen Schiffstour an der Küste Kroatiens. Wir gehen in einer kleinen Bucht vor Anker, in der es auch eine geheime Grotte geben soll. Wir stürzen uns in das kleine Abenteuer und mit Hilfe unserer Schnochelsets finden wir die Grotte. Da ist ganz kalt, ganz kaltes Wasser, aber friert recht nach einer Zeit. Innias, glaub mir, wenn du in einem Oktopus siehst, schau ihn auf keinen Fall in die Augen. Wieso? Füßt ihr mich da oder was? Ja, sicher. Oh Gott. Greif dich an, zieh dich in die Tiefe. Genau. Boah, ist ja schön. Das ist echt die schönste blaue Grotte, die ich jemals gesehen habe. Wie viel hast du denn gesehen? Einer. Aber trotzdem, das ist herrlich hier. Das ist richtig spannend. Aber wir wollen unsere Nerven vor lauter Spannung nicht überstrapazieren und schnorcheln zurück an den Strand. Also ich muss schon sagen, eiskalt, aber traumhaft schön. Ja. Während wir in der Grotte waren, haben unsere Geschwister einen Steinturm gebaut. Das geht hier gut, denn in Kroatien gibt es ja keinen Sand am Strand. Hübsch, gell? Am nächsten Tag borgen wir uns mit unserer Familie ein eigenes Motorboot aus. Wir haben Spaß am Schnorcheln und wollen noch mehr am Meeresgrund erkunden. Ich schipper uns in eine kleine Bucht und wir gehen vor Anker. Hier auf dem Grund der kleinen Bucht ist es schön ruhig. So ruhig, dass wir kaum etwas spannendes entdecken. Außer einer klitzekleinen Muschel. Macht nichts. Wir genießen den Tag auf dem Meer trotzdem. Und auch mein kleiner Bruder Atreo darf man das Ruder übernehmen. Auf dem Rückweg zu unserem Hafen kommt plötzlich ein Wind auf und die Wellen werden stärker. Für mich ist es gar nicht so leicht, den Kurs zu halten. Es ist wirklich extrem schwer. Für mich. Ich habe den Punkt festgesetzt. Den muss ich erreichen. Aber mit diesem Band, das ist alles echt kompliziert, aber… Unsere Geschwister sind mit unseren Eltern unter Deck. Ich genieße das Schaukeln am Bug und Timmy lenkt unser Boot in den Hafen. Braver großer Bruder. Das war unser Urlaub. Wenn ihr auch einen coolen Urlaub hattet, dann schickt uns doch einfach ein Video ohne ein Foto. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.